Hallo und willkommen bei vielblauem nichts Nummer 251, die Folge nach der 250, wow, und die Folge am heiligen Abend. Das heißt, die liegt euch hier rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum vor. Ist es nicht fantastisch? So toll bin ich. Ich huste vielleicht immer noch ein bisschen, aber ich bin trotzdem toll. Gut, also sage ich es und dann mache ich, ich glaube, ich höre Schwörs immer herauf, wenn ich es sage, weil eigentlich so im normalen Ablauf huste ich jetzt inzwischen wirklich sehr wenig. Gott sei Dank ist ja auch gut so. Gut, also Standards, wie immer zuerst für nächste Woche, das wäre dann das Geschenk unter dem Silvesterbaum. Fantastisch, oder? Brauche natürlich auch wieder Material. Das geht bitte bis Freitag 18 Uhr. Das behalten wir einfach bei. Ist ja schön Standard. Ich meine, in letzter Zeit schreiben eh die paar Leute, die noch schreiben, eh deutlich früher oder gar nicht. Und deswegen ist egal. Also Freitag 18 Uhr. Entweder in die YouTube-Kommentare oder an bla mit h at kernspieler.de. Wir wissen es ja eigentlich, glaube ich, alle inzwischen. Dann nächste Woche ist Wetter im schönen Meerring. Es bleibt so, wie es ist, glaube ich. Wir haben echt Minus und wir haben ordentlich Schnee. Also hier ist richtig normaler, richtiger Winter. Sehr ungewohnt in letzter Zeit. Oh, was erzähle ich denn da? Das ist ja spannend hier. Ach, guck. Das war aber vor ein paar Tagen noch anders. Hier, Samstag, Sonntag, minus drei ist natürlich. Und dann geht es aber los. Vier Grad, sieben, acht, acht, elf. Und an Heiligabend haben wir zwölf Grad angeblich. Oh, Wahnsinn. Tja, so viel zum Thema weiße Weihnacht. Das wird es nicht werden. Aber wir hatten jetzt weiß, aber halt weiße Vorweihnacht, wenn man so will. Ich bin es erstaunt, ehrlich gesagt. Und ja, am Mittwoch soll es auch regnen, damit auch der letzte bisschen Restschnee, der sie vielleicht hartnäckig gehalten haben mag, auch noch wegtaut. Ja, das überrascht mich jetzt. Aber gut, könnte schlechter sein. Weil es ist echt arschglatt. Und überhaupt. Und man muss ja kehren und streuen. Und ach, blöd. Dann nächste Woche gibt es... Wisst ihr übrigens, was ich gerade merke? Ich erzähle Quatsch. Diese Folge liegt nicht unter dem Heiligabend, unter dem Weihnachtsbaum. Ich werde das jetzt nicht ändern. Das ist mir egal. Die liegt natürlich nächste Woche, die Folge liegt unter dem Weihnachtsbaum. Deswegen rechtzeitig schicken. Und die darauf folgen, die werden unter Silvesterbaum. Okay, diese Folge liegt also am 4. Advent, war ich unter dem 4. Adventsbaum. Auch nicht schlecht, oder? Meine Güte. Ja, ich habe nächste Woche offiziell Urlaub. Deswegen bin ich wahrscheinlich schon irgendwie gedanklich ein Stück weiter. Und die Darts wärmen und bla bla und so weiter. Wie auch immer. Also jedenfalls, ja. Ich bin trotzdem toll, das weiß ich ja. Aber was soll's. Gut, wer sich jetzt also zwei Minuten lang geholt hat, was erzählt der davon Quatsch, der weiß jetzt, dass ich es auch endlich gemerkt habe. Schön. Jedenfalls trotzdem, weiße Weihnachten wird es nicht geben. Das Wetter war korrekt. Das sind die nächsten sieben Tage. Na gut. Jedenfalls, Videos gibt es die nächsten sieben Tage auch noch ein paar. Nämlich, wie schon letztes Mal angekündigt, es gibt die letzte Import-Report-Folge dieses Jahres. Wahnsinn. Und dann gibt es noch ein paar Eatings und Drinkings. Das werdet ihr sehen. Und danach ist erstmal Weihnachtspause. Quasi. Es kann sein, dass ich mich aufraffe und ein, zwei Videos mit irgendwas mache. Weil ich heute schöne Pakete bekommen habe. Unter anderem meine Evercaddy EXP ist gekommen. Gut, die werde ich nicht entpacken. Aber es ist gekommen. Das war ein Hack-Mack mit Versandbestätigung. Ja, nein, was, wie, wo. Und ein anderes Paket. Das werde ich vielleicht noch verwenden. Deswegen spoilere ich es jetzt nicht. Sehr mysteriöses Paket gewesen. Also nein. Ich wusste ja, was da kommt. Aber ich bin immer noch am Rätseln, warum ich das kaufen konnte. Wo und wie ich es gekauft habe. Aber egal. Ja, ich habe auch, das füge ich mal hier kurz ein. Ich habe noch nie erlebt, das war das erste Mal für mich, dass von DHL nicht nur dein Paket kommt morgen und dann am nächsten Tag dein Paket kommt heute kommt. Sondern tatsächlich kam nochmal eine E-Mail. Wo du sagst, dein Paket kommt innerhalb der nächsten 15 Minuten jetzt. Und ich denke mal, das hat zum einen tatsächlich gestimmt. Sondern ich denke mal, äh, seit wann kommen solche E-Mails? Weil wenn ich jetzt nicht daheim werde, in 15 Minuten, schaffe ich es wahrscheinlich auch nicht. Aber es war faszinierend. Aber es hat gestimmt. Ja, egal. Also jedenfalls Import Report, Eating und Trinking. Und das, ja. Das ist dann erstmal... Gut. Gehen wir die Kommentare durch von dieser Woche. Der MT Elite meint zum Blar Glückwunsch zur 250. Ausgabe. Danke. Und das war es dann auch schon, kommentartechnisch hierzu. Dann beim Eating zum Lion Caramel Blonde. Das ist ja irgendeine Limited, die es irgendwann jetzt mal gab vor einer Weile. Meint der MT Elite, Lion ist der Schokoriegel, der ihm am wenigsten schmeckt. Ich würde es auch gar nicht als Schokoriegel bezeichnen. Es ist mehr so ein Karamell-Knabberriegel. So Twix-mäßig, aber halt anders. Also ich habe im Kopf, dass ich die auch nicht so spannend fand. Aber Standard Lion mag ich eigentlich schon. Der Tokyo Mind hat letztes Wochen den Lion Peanut Butter Geschmack probiert. War gut, aber würde auch sagen, das Original ist besser. Habe ich den mal gehabt? Das muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Ich glaube ja, oder? Nee, den habe ich nicht. Warum habe ich den nicht? Wahrscheinlich, weil ich Peanut nicht so viel Wert drauf lege. Aber gut, den gibt es also auch noch. Ist das eine reguläre oder eine Sonderedition? Keine Ahnung. Dann, E-Drinking war Sucht-Tee. Bubble Gum. Ja, den habe ich mal irgendwo gefunden. Der Tokyo Mind, Tee kann auch ein Erfischungsgetränk sein. Er weiß ja nicht, was ich für Schweinereien da auf dem Cover erkenne. Aber er sieht ja nur ein Gesicht mit Schnurrbart. Nachdem ich das Video jetzt nicht mehr im Kopf habe und nur ein Thumbnail sehe, denkt ihr mal, schaut mal den Teil über dem Gesicht an. Wie das geformt ist und die Farbe und überhaupt. Tja. Also Kopf passt schon ein bisschen, aber nur so, ja. Okay. Dann, das zweite Ding war, Kaba-Weiße Schokolade mit Erdbeer und Brause. Ja, sowas gibt es. Der MT-Lite fragt, gibt es diesen Kaba-Bär überhaupt noch? Ich glaube ja, auf diesen Getränkepulver-Tüten sind es ja inzwischen, nicht mehr Dosen. Ich glaube, er ist ja abgebildet. Müsste jetzt aber nachschauen, da bin ich jetzt zu faul. Und der Togio meint, während des Schauens dachte er auch an Knusperr-Knusperr-Knäuschen. Eine Schokolade, die witzig schmeckt, hat man sicher nicht alle Tage. Jo, hat man auch nicht. So diese Brause-Knapperpulver ist, war zumindest mal interessant, sagen wir es so. Und dann hat er noch Getränk-Tea-Rich mit Himbeer, wo ich falsch geschrieben habe, Halbeer-Geschmackig. Das muss ich jetzt schnell korrigieren. Das habe ich falsch geschrieben. Himbeer hat natürlich zwei E. Ja. Er meint, äh, Moment, jetzt habe ich mich hier vorgelegt. Zurück zu meinen Kommentaren. Da meint er, MT-Lite-Ulis-Getränke-Organ werden immer interessanter. Naja, gut, das spiegelt sich leider in den Aufrufzahlen nicht wieder, aber egal. Und der Togio meint, dieses krasse Gesäf kann den Vor-Bro nicht im geringsten das Wasser reichen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es fand. Mir ist aber tatsächlich, ich bin mir relativ sicher, im Video habe ich es noch nicht bemerkt. Oder habe ich es doch? Das kann mir hier sicher jemand sagen, der es gesehen hat. Das Tier-Rich. Tierisch. Man kann es auch, wenn man es Tierisch ausspricht, dann macht der ganze Name auch irgendwo Sinn mit der Abbildung. Wahnsinn, Tierisch. Ah, oh Gott, wie doof. Aber gut, jetzt habe ich es kapiert. Ist das nicht toll, oder? Naja, auch schön, ähm, ja, gut, äh, soviel zum Thema. Das waren die Kommentare. Dann gehen wir zu den ehemals, derer da sind zwei. Max hat sich diesmal nicht abgewählt, schade, aber nächstes Mal dann wieder Max. Ihr nehmt es auch zu Weihnachten, als Geschenk quasi, ist doch schön. Also, wie immer, oder wie inzwischen üblich, mein, der, der gute Düsi müsste jetzt mit seiner Kurloch auch mal irgendwann wieder fertig werden. Schauen wir halt mal. Gib mal wieder ein Lebenszeichen, dann wissen wir Bescheid. Aber gut, schauen wir halt mal. Ähm, ja. Also, ich habe natürlich den Dokio und den Dominik. Dann gehen wir mal, ich könnte es jetzt ausführen. Aber ich fange mit Dominik an. Gut. Bla in 3D meinte, hallo und guten Tag an mich und meine Fans. Meine Heftverschärung für uns aller Lieblingsmagazin war wieder mal schön anzuschauen. Man merkt richtig, mit wie viel Hingabe und Leidenschaft ich da an die Sache rangehe. Nein Spaß, man merkt schon, ich habe null Bock. Ich mache meine Sache gut, aber mir macht es nicht so Laune. Oder liegt er da falsch, soll aber kein Tricks sein. Ja, äh, nee, also ja, wenn ich gar nichts wollte, würde ich sagen, das muss halt Steffen machen. Aber es geht schon. Aber nein, so die ganz große Motivation habe ich da jetzt auch nicht. Das ist halt auch nichts, wo ich mich, äh, wie soll ich sagen, kreativ ausleben kann. Könnte ich vielleicht schon, aber es muss halt gemacht werden und dann macht man es halt. Und ich meine, es ist ja doch mehr für einen informativen Zweck und nicht, um mich zu produzieren oder mich selbst zu bespaßen. Das kann, dann wird es halt schon mal auch ein bisschen. Und das ist halt auch die Umstände. Man muss rausfahren ins Büro und dann muss man es machen und wieder, äh, nö. Ich habe genug anderes zu tun gehabt jetzt diese Woche, weil wir eben noch vor dem Weihnachtsurlaub noch ein ordentliches Stück wegarbeiten wollten, sollten, mussten. Und das haben wir ja auch, so ist es nicht. Vielleicht, da fällt mir gerade ein, ich warte auf eine Antwort von jemandem im Messenger, der hat es aber noch nicht. Nö, mal schauen, ob es jetzt mal langsam liest. Kann sein, dass er mal pausieren muss. Aber egal, ähm, ja, geht schon. Die Frage aber, braucht man so ein Video überhaupt noch? Unsere Fans und treuen Leser kaufen es doch eh oder das, ob da jemand durch Zufall drüber schäubert, ist doch eher unwahrscheinlich. Ja, äh, nö, brauchen tut man es nicht, würde ich davon ausgehen. Man macht es halt. Ich meine, warum auch nicht? Ich meine, damit der YouTube-Kanal nicht komplett verweist, wir haben übrigens, das kann ich jetzt schon sagen, dieses Jahr kein Weihnachtsvideo, weil einfach sich das nicht ergeben hat. Derjenige, der es die letzten zwei Jahre machen wollte und sich den Aufwand beim Schnitt und so tun hat, ist ja nicht mehr da. Und so hat auch keiner, also weder großartig Zeit, noch wohl wirklich Lust gehabt, dass man jetzt das organisiert, weil das ist ja, das ist zum Beispiel wirklich nicht notwendig, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ich wüsste jetzt nicht mal, wo ich meine coole Perücke und meine Brille abgeschmissen habe, aber auch egal. Ähm, ja. Ne, das Video an sich ist schon okay. Ob, dass es keinen großen, wie soll ich sagen, äh, keinen kommerziellen Nutzen hat, das, ja klar, aber mein Gott. Also er ist jedenfalls noch gestern im 14. Kino-Premiere von Avatar 2 gewesen. Er ist absolut kein Fan von 3D, wollte sich Spektakel aber mal geben, alleine um mitreden zu können. Außerdem hat er frei und ihm mal langweilig. Ja gut, dann kann man das schon machen. Ich meine, wenn schon mal irgendein 3D-Film, dann natürlich Avatar, ist ja klar. Ja, das war beim 1. so, das ist jetzt wieder so, ich habe Kritiken gelesen, die sagen, oh, man sollte ihn auch mit dem Kino anschauen. Ja, ich kann mich mal schauen. Also wenn er, der wird lang genug laufen, dass ich es mir noch überlegen könnte und auch an Weihnachten, da kann man, ja, vielleicht mache ich es sogar, weil ich bin ja immer noch von meiner Ansteckung noch so semi-unkritisch wahrscheinlich und wenn man sich eine geschickte Uhrzeit aussucht, wie 12 Uhr mittags, wo wenig Leute ins Kino gehen, naja, mal abwarten, vielleicht. Er hatte auch das große Glück, dass sein Kino noch 15 Minuten zu Fuß entfernt liegt, das hilft natürlich. Beim Ticket hat er erstmal geschluckt, 16 Euro sind jetzt nicht gerade wenig. Das erscheint mir ehrlich gesagt ganz normal, weil das hat es zu Zeiten, wo ich noch ins Kino gegangen bin, haben das 3D-Filme schon gekostet und das Ding ist ja über 3 Stunden lang. Naja, was das Problem natürlich ist, da landet man meinen Kinos hier vor Ort, müsste ich wohl damit rechnen, dass ich eine Pause drin habe. Da bin ich kein Fan von. Ich meine, nicht, dass ich hier daheim vom Fernseher nicht ab und zu auch mal eine Pause einschmeiße, aber wenn ich ins Kino gehe, dann finde ich es blöd, weil da kann ich ja nicht bestimmen, wie lange die Pause dauert. Insgesamt hat ihm der Film recht gut gefallen, meint er. Die Unterwasserszenen sind in 3D natürlich der absolute Hammer. Das, ja, habe ich auch gelesen. Mit Abstand sein bestes 3D-Erlebnis. Auch das habe ich so gelesen. Das ist jetzt aber auch keine Überraschung, nicht? Weil so viele wirklich gute 3D-Filme gibt es halt nicht schon. Also Realfilme schon noch viel weniger. Oh Gott, das ist ja jetzt hier nur noch sehr wenig Real wohl. Da kann ich mal Gravity mithalten. Ich habe Gravity noch im Kopf, dass ich den Film total unspektakulär fand und ich jetzt auch vom 3D ist mir auch nichts hängen geblieben. Vielleicht habe ich den aber auch nicht in 3D gesehen. Aber den Film fand ich la. Blue. Das ist schon der Space-Film mit der Bullock, richtig? Aber egal. Die Story war okay, aber echt nichts Besonderes. Also jetzt Avatar-Video und der Film war insgesamt viel zu lang mit drei Stunden. Okay, man merkt die Laufzeit auch ziemlich. Ah, dafür war die Geschichte nicht spannend genug. Ja, es ist halt ein dreistündiges 3D-Show-Reel quasi. Aber ja gut, schauen wir mal. Wer aber auf tolle Bilder steht und Next Level 3D erleben will, ist hier goldrichtig. Jupp. Dann gucke ich mal. Und Top Gun Maverick bleibt aber sein Kinofilm des Jahres. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich kenne immerhin einen dieser Filme. Wow. Seine Geschichte mit DAL. Wir erinnern uns, mit dem falschen Paketstation hat zumindest ein kleines Happy End gefunden. Er hat von der Post eine E-Mail bekommen. Da wurde er sich zumindest entschuldigt. Und seine letzten zwei Pakete sind auch sicher und schnell in der richtigen, also seiner Paketstation, angekommen. Er darf an dieser Stelle auch mal tatsächlich DAL loben. Bis zum nächsten Totalausfall, wo er sich wieder aufregen darf. Er kommt bestimmt. Bin ich auch relativ sicher. Ich meine, ich bin ja recht gut weggefahren hiermit. Also bis auf diese komische, dreiwöchige Zwangspause für mein eines Ami-Paket, das FedEx dann einfach mal nicht zum Zoll geben wollte. Das haben sie mir übrigens jetzt vor, ja, habe ich ja glaube ich schon erwähnt, vor eineinhalb Wochen tatsächlich dann noch abgebucht wieder. Ist ja auch korrekt. Ich habe die Ware ja bekommen letzten Endes. Und dann hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und die meisten Problemfälle waren eher so, wann kriege ich jetzt endlich meine Tracking-Infos. Das war alles ganz komisch. Naja. Aufregend tut sich auch der Großteil der Bevölkerung hier im Ort, meint er. Im Gewerbegebiet soll ein kleines Laufhaus entstehen. Also wo knapp bekleidete Damen vor ihren Zimmern Versicherungen verkaufen. Sogar die Zeitung hat sich darüber ausgekotzt. Dabei kann er die Aufregung gar nicht so verstehen. Weil nämlich, erstens, es ist im Gewerbegebiet. Das heißt ja schon extra so. Und zweitens, offiziell genehmigt worden. Ja. Und drittens, damals gab es in der Stadt so ein Ding, das regte keinen auf. Das kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber interessant. Ja. Vielleicht sollten die alten Zecke im Stadtrat das Ding mal später besuchen. Vielleicht sind sie dann eher erregt als aufgeregt. Ich denke, dass es im Moment mehr und größere Probleme gibt. Das ist wohl wahr. Ja, ich weiß, dass es hier in unserem Landkreis auch hin und zu wieder Bestrebungen gibt. Und die dann immer abgeledert werden. Aber es sind ja auch kleine Orte. Ja. Ja gut. Ich weiß auch nicht. Als ob jetzt so ein Gebäude dann irgendwie mehr halbseitende Gestalten anlocken würde, wie wenn die Leute irgendwo auf der Straße stehen. Keine Ahnung. Kann ich natürlich jetzt den spezifischen Fall schwer einschätzen. Aber ja, man muss es nicht verstehen. Aber so ist es halt. Aufregen. Juppie. Gibt ganz andere Sachen. Stimmt auch wieder. Ja. Dann ein nicht aufgeregtes Wochenende und Grüße. Ich glaube, ich werde einigermaßen entspannt sein, hoffe ich. Und dann schauen wir mal. Foto. Next Level. Die Unterwassungsbilder von Avatar 2 sind schon der Wahnsinn. Hier hat er mal zwei Promofotos, drei Promofotos. Die sind natürlich in 2D und demnach schwer einzuschätzen. Ich kann halt mit dem Charakter sein immer noch nichts anfangen. Zu teuer, meint er. Na, ganz gut. Nicht nach Master, aber schon cool, die Enterprise. Aber 340 Euro. Bitte nicht. Er hat ja nämlich ein Foto von einem Enterprise-Modell für die Playmobil-Besatzung. Und zwar eben eine Classic-Enterprise. Also, wo oben die, quasi der Teller, oben der Deckel ab ist, damit man ins Cockpit reinschauen kann, wo eben die Bridge, also die Brücke, das sieht schon echt cool aus. Ja, 340 Euro ist da. Ah, hinten, ah, unten ist dann, im Rumpf ist auch was offen, da steht dann wohl gerade das Scotty. Das sieht man in diesem Foto nicht so genau. Ne, das ist schon wirklich schick, aber ja, viel zu teuer. Never ever. Also, das ist schon, vor allem, da gibt es ja auch nicht mal den Zusammenbauspaß, wie jetzt bei irgendeinem arschteuren Lego, würde ich mal so einschätzen. Aber gut. Und dann haben wir noch den erotischen Witz der Woche, der denn da ist. Das Beste an Hubberts Zeit bei der Luftwaffe waren die Aufklärungsflüge. Da sieht man den Hubbert so sitzen in einem Flugzeugrumpf, offensichtlich, wo gerade über einen alten Projekt da ein Aufklärungsfilm läuft, wo Männchen und Weibchen erklären, wie das funktioniert. Okay, den finde ich nicht schlecht. Ist zwar ein ziemlich plumper Wortwitz, aber der ist trotzdem nicht schlecht. Danke, war schön. Und schöne Grüße zurück natürlich. Gut, ja, haben wir die erste E-Mail und ja, ach, die halbe Stunde kriegen wir schon voll, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss aber ganz kurz hier durchschnaufen, deswegen mache ich für mich jetzt ganz kurz eine Pause und für euch gibt es natürlich nur ein paar Sekunden. So, und wie gesagt, wenige Sekunden, ganz, ganz wenige sogar, glaube ich, wenn ich so hier die Timeline anschaue. Geht es weiter, widmen wir uns dennoch der E-Mail, die da noch ist, die vom Tokio nicht, der meint Code Bla. Das war vor ein paar Tagen, da war es natürlich ganz, also der einen Tag hatten wir, hier sind wir minus sechs, minus sieben Grad. Das war krass, krass wenig. Naja, gut, hallo, ich mir ist, ihm ist schon bewusst, dass der Winter kalt ist und die letzten Winter, die wir hatten, waren für normaldeutsche Verhältnisse, zumindest hier im Westen, eher zu warm. Trotzdem findet er es definitiv zu kalt, ja, inzwischen ist es ja auch kalt. Also jetzt ist es wirklich kalt, unter null ist es wirklich kalt und minus sechs ist sehr kalt und wenn dann auch noch Schnee liegt und nass ist und alles gefriert und rutschig wird, dann ist es zu kalt, ja. Kann er zu Hause, der Kälte noch trotzdem, friert er sich seine kostbaren Kronegewählen auf der Arbeit ab, dank großer Halle, die einzig von einem Ofen beheizt wird, welcher im hinteren Teil steht. Dumm, wenn man weit weg davon arbeitet. Ja, das kann ich in ganz kleinem Rahmen auch nachvollziehen, weil ich habe meiner, in meinem Dachgeschoss ist das, mein Schreibtisch steht am anderen Ende von der Heizung. Das merkt man tatsächlich auch in diesem Umstand schon ein bisschen, aber zum Glück nur ein bisschen. Wahnsinn, wobei ich könnte mir ja einen Elektroheizer mal anschmeißen, aber jetzt habe ich ja Urlaub und muss mich nicht an den Schreibtisch setzen. Wahnsinn. Gut, da hilft es leider auch nur begrenzt, sich im besten Zwiebellook anzuziehen mit dicken Pulli, langen Unterhosenjacke, noch einer dicken Jacke und Wintermütze unter dem Helm. Ja, das glaube ich. Wenn er dann denkt, dass es auch Arbeiter gibt, die bei dem Wetter auch noch draußen arbeiten müssen, dann herzliches Beileid. Das ist nicht so geil, glaube ich. Schön zu hören, dass Dominik jetzt auch in der DHL-Hölle angekommen ist oder zumindest zwischenzeitlich war. Aber besser gesagt, weniger schön zu hören aus seiner Sicht. Ja, so schwitze, smiley. Ja, die Wege von DHL sind unergründlich. Er hatte diese und letzte Woche tatsächlich mal Glück. Es hat alles funktioniert, wie gewünscht. Jetzt, Freitag, bekommt er noch ein Amazon-Paket, weil es hoffentlich auch da landet, wo es soll. Letzte Woche auch ein Paket von Amazon Japan bekommen. Auch hier alles stressfrei innerhalb von vier Tagen bei ihm. Ja, Amazon Japan funktioniert irgendwie halt einfach immer richtig gut. Spannend wird jetzt noch diesen Winter die SD-Karte fürs EGRED 2 Mini, weil die kommt am 22. Dezember raus, also am Donnerstag. Dann geht es ja natürlich hier, wenn wir Glück haben, vor Heiligabend noch in Leipzig ein. Aber dann haben wir natürlich Feiertage. Am Montag ist auch noch Feiertag. Also ich hoffe, dass es dann am 27. bei mir sein wird. Ich bin schon interessiert dran und überhaupt. Und ja, hatte ja auch arbeitstechnische Nebengründe, wobei den Artikel schreibt nicht ich wahrscheinlich. Aber egal, das wird dann tatsächlich meine letzte Bestellung dieses Jahr. Stand jetzt. Wobei, ich muss noch Weihnachtseinkäufe machen. Das wird auch noch interessant. Oh Gott. Ah ja. Na gut. Mal schauen. Wir haben gleich noch nicht mal einen Baum bisher. Also mir hat es keiner gesagt. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Aber Bäume zu kriegen ist ja kein Problem. Das klappt schon. Na gut. Also. Nur heute musste er kurz rätseln, als er in der DHL-App las, dass ein Paket angekündigt wurde vom Absender Deutsche Post AG Niederlassung Berlin. WTF dachte er sich da, wieso schickt ihm die Post ein Paket? Die Lösung war aber einfach. Doch gestern hat er doch Zufall mitbekommen, dass Nintendo in ihrem eigenen Store Amiibos zu regulären Preisen wieder anbietet. Ah. Okay. Er war zwar noch nie Sammler, wollte aber zumindest ein paar ihm liebgewonnene Figuren schon gerne fürs Egal zum Hinstellen haben. Halt aber nicht für Unsummen. Eine Bayonetta fehlte eben nicht leider noch. Und gestern gab es sowohl die aus Teil 1 als auch die von Teil 2 eben bei Nintendo zu kaufen für je 13 Euro. Die kurzartige aus Teil 2 interessiert ihn eher weniger, nachvollziehbar. Aber die langartige Hexe aus dem ersten wollte er gerne haben, also für weitere 3 Euro Versand bestellt. Ja. Das ist schon, der Preis ist okay, denke ich. Und vorhin auch schon die Versandmitteilung von Nintendo erhalten. Und dort konnte er dann auch sehen, dass es sich bei der Sendungsnummer um dieselbe handelt, die ihm in der DHL-App unter dem Deutsche Post AG Paket angezeigt wird. Warum da nicht Nintendo oder zumindest einen anderen Namen als Absender steht, ist ja trotzdem steuerhaft. Ja, das ist auch ab und zu spannend. Ich habe eben zum Beispiel die Evercade, die kam mit Absender. Schauen wir mal nach. Paket von Active Ants Netherland. Wo man sich auch denkt, okay. Ich meine, ich wusste ja, das ist eigentlich Funstock Europa. Aber das Lager ist also, jemand betreibt das anders. Das ist irgend so ein, die Webseite habe ich mal angeschaut, so ein Import-Spezialist halt. Und das Interessante ist aber, das Trekking beginnt erst in Deutschland in Krefeld. Also es ist auch alles sehr merkwürdig. Das soll angeblich schon vorher weggeschickt sein. Und das erste Trekking-Status ist Krefeld. Also komisch, weil man ja, wenn man zum Beispiel Amazon-DL geschickt wird, das fängt auch in Japan an. Da wo es halt, also Amazon-Japan, keine Ahnung. Und das Amazon-Paket, wo heute kam, das war von Amazon. Muss aber eigentlich aus Frankreich gekommen sein. Wohl auch. Das ist auch, der erste Status ist in, ach fuck, Stauffenberg, glaube ich. Oder so halt dieser große Umschlagpunkt. Auch da, wobei ich schon erstaunlich genug war, das kam, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal zuvor ein Amazon-Deutschland-Paket bekommen habe, das nicht Amazon Logistics gebracht hat. Also keine Ahnung. Ich glaube, ah doch, ich glaube, ich hatte sogar eins, das kam aus England von Amazon. Und im Trekking war dann auf Amazon zu erkennen, dass es intern nach Deutschland von Amazon kam. Dann haben sie das DAL überreicht. Wo ich mich dann auch frage, warum habt ihr jetzt für den letzten Schritt noch DAL eingebunden? Hier, das schaue ich jetzt mal kurz nach, ob ich da irgendeine Trekking-Logik nachvollziehen kann. Aber wenn es mal angekommen ist, gibt es, glaube ich, oft die Trekking-Infos nicht mehr. Lieferung verfolgen, mal gucken. Alle aktuelle Anzeigen. Nee, Stauffenberg und dann ging es gleich hierher. Also kein Schimmer, was da genau wirklich das Rooting war. Aber es muss eigentlich aus Frankreich gekommen sein. Egal. Wo war ich? Bei der anderen Mail. Ja, jedenfalls, ja, deswegen komisch. Aber vielleicht ist halt irgendein Dienstleister, der das für Nintendo verschickt. Aber warum dann Berlin, das steht ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie es auch noch in Berlin gelagert. Das ist schwer einzuschätzen. Man steckt hier nicht drin. Naja, Fragen. Er hat sich jetzt letztes Wochenende mal den Uncharted-Film angesehen. Fand ihn solide. Tom Holland und Mark Wahlberg als Nathan und Sally nicht wirklich passen. Aber wenn man vom Vergleich absieht, machen sie schon einen guten Job. Da filmen sich nette Unterhaltungen. Und dass er ihm jetzt im Gesächtnis bleiben wird. Habe ich den schon gesehen? Und falls ja, wie fand ich ihn? Nee, habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo wird der den Gist? Könnte ich ihn überhaupt anschauen? Mal gucken. Wer streamt es? Ich glaube, Netflix hat den. Kann das sein? Schau mal, werde ich gleich feststellen. Uncharted. Nee. Nee. Könnte ich nicht anschauen, weil ich müssten über Sky Go oder Wow schauen. Ein Teufel werde ich. Aber Sky muss ich jetzt endlich kündigen. Schwerstens im nächsten Monat. Ja, ja. Egal. Aber jetzt vor Weihnachten mache ich nichts mehr. Das kann nur schief gehen, glaube ich. Und bei Prime kostet er Geld. 17 Euro für einen HD-Kar. Ja. Oder halt eine Scheibe. Die wahrscheinlich ähnlich viel kostet. Nee, habe ihn nicht gesehen. Es wird auch noch dauern. Ich kenne nur eben Ausschnitts. Weil, also Deutsch ging ja gar nicht. Tom Holland ist mir einfach, als Spider-Man funktioniert er, als Nathan Drake funktioniert er für mich nicht. Das stört mich einfach. Und ich finde auch nicht, dass die Story in... Warum so... Story. Das war ja auch die Woche, was haben sie? God of War-Serie von Amazon. Okay. Serie geht ja noch. Aber Death Stranding als Film. Und von irgendeinem Poop-Studio, was den berühmten Film Barbarian gemacht hat, der mir gar nichts sagt. Der aber weltweit 45 Millionen eingespielt hat. Ah ja. Das mag für einen Indie-Film gut sein, aber trotzdem. Und Bill und Ted Face the Music haben sie produziert. Naja gut, den kenne ich. Da war ich nicht so gehypt. Also Death Stranding sich als Film vorzustellen, ist so absurd. Weil das ganze Spiel ist eine nicht enden wollende Filmsequenz, so ungefähr. Das ist natürlich nicht ganz wichtig, ich weiß schon. Aber halt Kojima. Und jetzt habe ich irgendwo so... Es soll wohl eine Story, eine eigenständige Story als Ableger. Ja gut, aber... Es ist ja auch so Darsteller. Ich meine, Death Stranding ist ein Spiel mit lauter realen Darstellern. Warum... Ja. Ja gut, egal. Ja. Nee, ich habe es anstatt nicht gesehen und es wird auch noch länger so bleiben, schätze ich. Vielleicht mal irgendwann, wenn... Gut, könnte sein, dass in der Audiovision eine Disc rumliegt, aber ist mir nicht wichtig genug. Die Game Awards hat er sich nicht angeschaut, meinte Togi, sondern sich lieber von meiner Zusammenfassung informieren lassen. Danke dafür. Bitte sehr. Aber... Also man konnte es schon anschauen, aber in der Nacht ist natürlich eh. Er fand, da waren schon ein paar nette Ankündigungen dabei, auch wenn sie ebenfalls fand, dass der eine richtige Klache ausblieb. Ja. Das ist richtig. Was halte ich von Judas, von Ken Levine, welches ja sehr nach Bioshock ausschaut. Da ist er vorsichtig gespannt auf. Ja, es sieht sehr nach Bioshock aus im Weltall. Könnte gut werden, wer weiß es schon. Ich fand nach wie vor, Bioshock Infinite ärgert mich der Schluss einfach so sehr. Der hat den ganzen Rest vorher irgendwie ein bisschen negativ getrübt, aber mei. What soll's? What soll's? Schauen wir halt mal. Ja, Death Stranding 2 ist halt auch... Mei, das muss man gesehen haben, einfach aus... Weil muss man gesehen haben, aber nicht unbedingt, weil ich... Vielleicht darf ich es endlich mal das erste... Jetzt könnte ich an Weihnachten das erste Mal spielen vielleicht. Ja, schauen wir mal. Vermutlich habe ich es selber schon mitbekommen, dass man bei Playstation Direct jetzt doch ohne Problem eine PSVR 2 vorbestellen kann, ohne Extranierung. Habe ich tatsächlich. Am Samstag dann auch so, hä? Und jetzt heute kam eine E-Mail von Playstation, nachdem ich die Spam-Werbung noch nicht abgeschaltet habe. Bestell sie doch vor. Also, ja. Playstation Fire, jetzt vorbestellen und nichts verpassen. Jetzt geht's... Also, ich finde, ich weiß auch nicht, das ganze Geficke ist so bizarr. Warum macht man dann so diesen Unsinn? Ich meine, die können sich doch nicht so verkalkuliert haben mit der Menge, was interessiert oder so, oder? Ich weiß es nicht, aber... Ja, nee. Habe ich bestellt, bin immer noch... Sie haben ja die Woche ein paar Spiele noch angekündigt. FantaVision 2022... 2022... 2022... 2022X oder 2022X. Wie soll man das aussprechen? Mei, es ist FantaVision, aber FantaVision mag ich eigentlich immer noch gerne. Das habe ich Bock drauf. Die anderen Spiele sind teilweise auch nicht uninteressant. Also, es gibt jetzt um die 30 angekündigte Spiele direkt zum Start. Das ist natürlich viel zu viel. Mir kräft es jetzt schon, die irgendwie organisieren zu müssen. Auch nur ansatzweise. Ja, schauen wir halt mal. Naja. Er hat kurz überlegt, ob er sich doch noch sofort zum Start loslegen soll. Aber ihm fehlt es einfach noch an überzeugender Software, für die er bereit ist, exkolliert zu sein. Kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, dass hier so schnell bierger wird. Glaube ich, dass Sony sich einfach selber beschätzt hat, was den Andang an Geräten angeht. Dass man quasi auf den Geräten jetzt sitzen bleibt. Oder dass man doch mehr zum Start im Februar bereitstellen kann. Dass man jetzt genug anbieten kann für alle. Persönlich glaubt er einfach, dass der Preis doch abschreckender wirkt. Ja, das wird sicher nein langen. Der Preis langt nein, die Umstände natürlich, alles. Und natürlich keine... Gut, Resident Evil 8 wird geupgradet umsonst. Ist cool. No Man's Sky ja auch. Horizon wird ja dann doch mehr oder weniger jeder anschauen. Würde ich einfach vermuten. MOS ärgert mich immer noch, dass das Geld kosten soll. Wer es noch nicht gespielt hat, super. Auf den wartet was Schönes. Ich hab's halt schon mal. Mir fehlen halt noch ein paar Portierungen. Also Beat Saber. Jetzt hat Beat Saber die Woche den Rockmix veröffentlicht. So aus dem Nichts raus. Mit... Ah, was war dabei? Moment, muss ich nachgucken. Ich hab immer noch das Weekend Pack nicht gespielt. Jetzt aktuell durch die Bedingungen mit nicht ganz so guter Raumtemperatur. Ist natürlich auch schwierig, aber ich hab immer noch Bock drauf. Ich warte heute wieder auf meine ominöse E-Mail, wo diesmal zwei Wochen umfassen sollte. Ah, hoffentlich kommt die nicht allzu spät. Schauen wir mal. Die letzte kam super früh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diesmal so früh kommt. Aber warten wir's ab. Wenn ich's nicht kriege, frage ich am Samstag. Die Person antwortet am Samstag auch. Was? Also, ich wollte nachgucken. Moment, ich hab's irgendwo reinkopiert. Hier, von Steppenwolf. Steppenwolf. Born to be Wild. Legende. Survivor. Eye of the Tiger. Legende. Leonard Skinner. Freebird. Auch Legende in der Neun-Minuten-Fassung. Kiss. I was made for loving you. Legende. White Stripes. Seven Nation Arby. Moderne Legende. Nirvana. Smells like Teensburg. Auch eine Legende. Guns and Roses. Sweet Child of Mine. Nicht so... Kein großer Guns and Roses-Fan, aber natürlich Legende. Und dann noch Foo Fighters. The Pretender. Was mir nichts... Ich hab den super Foo Fighters-Groupie-Fan Joltis gefragt, ob welches... Als erste Lied wäre das ihm einfallen, Tete, was man in so einen Pack reinschmeißen soll. Und das wäre das vierte gewesen, was ihm einfällt. So viel dazu. Ja, aber trotzdem. Und von den Videoschnipseln, die Bühne... Das Szenario sieht doch scheiß geil aus. Also, muss ich noch kaufen, dann spielen. Also, ja. Also, Beat Saber ist für mich absolutes Muss. Das muss auch VR 2 dabei sein. Wenn sie das nicht schaffen, dann wäre es ein absolutes Fail, leider. Aber, naja. Warten wir's ab. Synth Riders kriegt wohl ein Upgrade. Aber, hm. Naja, egal. Also, ja. Aber nein, ich verstehe das natürlich völlig. Ich... Also, ich weiß auch nicht. Ich... Ich würde mutmaßen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony so Kapital sich verschätzt. Aber... Die Frage ist, ob diese erste Bestellphase... Ob das ein Testballon war, zu checken. Und ob man eine zweite nochmal machen soll, ob man es freigeben soll. Es war ja eine zweite eigentlich, am sechsten. Aber da stand ja gleich dann in der E-Mail, die ich bekommen habe. Andere Leute aber wieder nicht. Dass es bis 22 geläuft, dann haben sie das Ganze aufgemacht. Ja, es ist... Ich weiß echt nicht. Es ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, das ist ein Luxus-Nischen... Es ist sowieso klar. Ein Luxus-Nischen-Produkt. Absolut. Gut. Die Frage ist, wie hältst du es und wie engagiert bleiben sie diesmal dabei? Wir werden es sehen. Ich bin gespannt drauf. Ich bin nicht so gespannt, nicht so begeistert, dass ich die Arbeit damit haben werde wahrscheinlich. Das war bei der letzten... Ich kann mich noch erinnern. Wir haben die kurz vor knapp bekommen. Und ich habe dann quasi eineinhalb Seminachtschichten geschoben, um alles durchzuholzen, was ich zu spielen hatte. Das war halt der Großteil damals von den relevanten Sachen. War ein bisschen anstrengend. Könnte diesmal wieder so werden, weil es vom Timing her unterm Schritt genauso... Also je nachdem, wenn wir es vorab kriegen, dann wird es höchstwahrscheinlich knapp. Wenn wir es nicht vorab kriegen, dann ist es egal. Dann haben wir eine Fünf-Wochen-Phase. Mal schauen. Na gut. Seit wann glaubt der junge Ulrich nicht mehr an den Weihnachtsmann? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe vage im Kopf, dass mich mein Bruder damals kurz vor Weihnachten gespoilt hat und meine Eltern sauer waren, dass er es getan hat. Weil ein bisschen hätte man es noch hinziehen können. Aber ich würde mal schätzen, dass ich da so... Boah. Bin ich da schon in die Schule gegangen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde vermuten... Also irgendwo zwischen sechs und zehn Jahren wahrscheinlich. Ich kann es aber echt nicht sagen. Ja. Ich habe es, glaube ich, verkraftet damals. Naja. Einen schönen vierten Advent wünscht uns allen. Habe ich vorhin auch, wo ich ja bemerkt habe, dass es der vierte Advent und nicht Heiligabend ist, wann der Podcast erscheint. Und ein warmes Wochenende in Tokio. Danke gleichfalls. Und damit haben wir diesmal die halbe Stunde etwas erreicht, aber nicht viel mehr. Ich wundere mich, dass es letztes Mal so viel länger war. Macht aber nichts. Halbe Stunde ist auch gut. Irgendwann rafft sich ja vielleicht von den verbliebenen Resthörern auch mal wieder sonst jemand auf, sich zu melden. Schauen wir mal. Ich gucke übrigens gerade. Ich glaube, die Hörzeit war aber gar nicht mehr so schlecht von der Jubiläumsfolge. Moment. Moment. Ja. Sie war im oberen Bereich des zu erwartenden Rahmen, was jetzt heißen soll, nicht spektakulär, aber okay. Naja, egal. Schauen wir halt mal. Solange es läuft, läuft es. Und dann läuft es halt irgendwann nicht mehr. Mal gucken. Ja. War es im Endeffekt. Wie gesagt, nächste Woche gibt es fünf Videos. Beginnen diesen Sonntag mit dem Import Report. Ob dann noch mehr folgen wird, kann ich vielleicht, vielleicht nicht. Zwischen den Feiertagen kann ich jetzt auch nichts angehen. Also ich kann, was ich spoilern kann, das sind jetzt die letzten vorhandenen Eatings und Drinkings, die jetzt noch laufen werden. Danach habe ich erstmal keine mehr. Ich habe nichts geplant. Schauen wir mal. Lassen wir es ruhig angehen. Das wird auf jeden Fall das obligatorische Neujahrs- wie Silvestern-Neujahrs-Video. Das wird es geben. Dann schauen wir mal. Und sonst, also noch weiß ich es nicht, aber davor findet ja noch eine weitere Bla-Episode statt. Nicht nur die an Heiligabend, wo ihr mehr reichhaltig Geschenke geben werdet, sondern auch die an Silvester. Und sonst, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ich hoffe auch, dass wir alle, Winter ist ja bald wieder so semi-vorbei scheinbar, siehe Wettervorschau, dass wir danach alle einigermaßen entspannte Tage jetzt haben werden, dass auch Heiligabend und so einigermaßen ordentlich läuft. Für euch auch. Gesundheit und Entspannung und sonst was. Und überhaupt wünsche ich mir und euch dann auch. Und damit dann jetzt schon ganz schnell und flotti. Bis nächstes Mal. Tschüss.